So, das wäre jetzt der andere gewesen, ne? Das wäre der andere gewesen und rein theoretisch ist da entweder noch einer direkt hier unten drunter drinnen irgendwo oder aber... Auf der anderen Seite, okay. Hier liegt einer. Weiß ich das? Vermutlich. Auf der anderen Seite. Nochmal eben gucken. Ne, es ist das Kanalsystem. Es ist, glaube ich, eindeutig das Kanalsystem. Ansonsten müsste es hier oben sein. In einem kleinen Häuschen oder so. Stehe ich fast davor. Ich stehe fast davor. Hier müsste es genau vor meinen Füßen jetzt sein. Ist es aber nicht. Es ist also unten im Kanalsystem. Dann habe ich hier noch ein Rätsel, was wahrscheinlich auch... Okay, es ist auf jeden Fall schon mal nicht dieses Schild. Das, was ich orten soll. Also wird auch das unten im Kanal sein. Ne? Ja, ja. Ich muss auf jeden Fall nochmal runter in den Kanal. Da gehen wir dann also jetzt hin. Dieser Killer war... Wisst was? Irgendwas. Genau. So, geradeaus soll eine Trophäe auf uns warten. Und hier in die Ecke kommen wir ja gar nicht erst. Wobei... Wir haben ja auch den Battle Rang, ne? Tiger. Okay. Auf wo muss ich denn... Werfen? Ach, da. Wenn du weißt, was ich meine. Checko. Stimmt. Das Ding, wo ich mich damals immer gefragt habe, wie soll ich denn da rankommen? Und jetzt weiß ich, ich muss einfach immer irgendwo an den... Diese Blitzdinger suchen. Und dann geht das schon. Na, den einen haben wir jetzt. Jetzt geradeaus kommt irgendwo einer. Geradeaus kommt irgendwo einer. Hier ist Wasser, das heißt, Wasser ist immer verbunden mit... Ich kann hier eine Granate hinwerfen. Eine Eisgranate. Und kann demnach wahrscheinlich dann... Guck mal einer an. Aha. Und das Ding hier... Sollte ich... Für die Mieze-Katze dann schon mal checken. Du sollst hier... Du willst das Objekt nicht orten, weil der Wasserfall dazwischen ist. Aha, jetzt geht's. Dankeschön. Okay. Und dann jetzt... Wohin? Dann jetzt... Hier auf der Ecke muss irgendwo direkt... Links. Hier auf der Ecke muss direkt irgendwo... Irgendwo... Etwas sein. Hier. Was soll denn hier bitte sein? Was soll denn hier bitte auf der Ecke sein? Ein Rätsel. Das da vielleicht... Nein. Das da... Nee. Keine Ahnung. Was soll denn... Hier ist doch nichts. Ich sitze hier... Also ich sehe hier... Nichts, was irgendwie... Besonders. Das wird nicht einfach. Dark Knight. Oder ist das das? Nee, das ist was anderes. Wenn Dark Knight versagt... Welche Zahl folgt dann nach der 3? Die Antwort ist... Gar keine. Zwei. Eins. Und dem Dark Knight ist es nicht gelungen... Die Herausforderung zu bewältigen. Ach, ich glaube schon. Was ist Dark Knight? Hast du alle Aspekte meines Rätsels durchschaut? Ich denke fast schon, ja. So, wir haben jetzt auf jeden Fall diese 3 Trophäen bekommen. Aber... Irgendwie... Was soll denn hier... Was soll denn hier noch ein Rätsel sein? Ach so. Da oben geht es ja auch noch ein Stück rein. Klar. Aha. 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 Total übersehen. Killer Croc. Ist dieser Killer... Mal angewohnt, sind wir noch frei? Weiß man nicht. Ist uns aber auch gerade Wurst. Und selbst wenn er es sein sollte, schnappt man ihn halt wieder. So. Hier vorne ist wieder etwas für die Miezekatze. Was wir natürlich markieren müssen. Und haben. Wo ist denn hier... Das ist mein neues Spielzeug. Ah, so war das eigentlich nicht gedacht. So. Und wir haben doch sicherlich hier jetzt noch ein paar Rätsel. Ach ja, die waren da vorne. Da müssen wir nochmal was machen. In Wonder City generell. Aha. Hier ist irgendwie ein Rätsel noch. Vielleicht finden wir ja den einen oder... Was ist das? Eingangskontrollbereich. Uninteressant. Ähm... Ja, gehen wir auf jeden Fall. Vielleicht finden wir ja den einen oder anderen grünen noch von denen. Da hinten den zum Beispiel. Und der wird uns dann schon sagen, was wir hier noch finden müssen. Zeit, Urlaub zu machen. Wohin soll es gehen? In einen giftigen Ort. Das ist dann hier das Poster oder was. Ist hier an der Wand. Da ist einer... Der einen Störsender trägt. Den müssen wir uns als erstes packen. Na, komm her. So. Knack. Drei bewaffnete Gegner. Die anscheinend aber noch nicht mitgekriegt haben, dass denen ihr Kollege fehlt. Kann uns also erstmal egal sein. Ist ja auch keiner mehr da, der... Den irgendwie Hinweise geben könnte. Sind ja alle hinter Gittern. Äh, was ist das? Du Junge, hier, schieß doch mal auf den. So, danke. Und jetzt. Schön, Frau Hörer. Oh Mist. Okay, okay, ich helfe ihm nur. Danke für die Hilfe. Tschüss. Aha, kannst du mal gucken. Da ist jetzt einiges mehr aufgetaucht. Hier hinten ist auch noch irgendwas mit... Drei Riddler-Trophäen auf einmal. Welches ist das? Ist das dieser andere Raum mit den... Das ist der andere Raum, glaube ich, mit dem Elektroboden dann. Santa Prisca, ja. Ist auch, glaube ich, ein... Santa Prisca ist, äh... Ein im DC-Universum auch, äh... Erfundener Ort, glaube ich. Also, es wurden einige Städte und Länder, glaube ich, erfunden. Um halt, ja, sagen wir mal, den Terror oder was in Fernost schon darzustellen. Aber keinem Land mehr oder minder dann auf die Füße zu treten. Weil, äh... Ja, man... Wird sich da natürlich auch keine Feindbilder schaffen. Sind ja genug vorhanden. So, Eisgranate. Genau. Nach Wonder City müssen wir... Müssen wir auch nochmal nach Wonder City rein. Ich glaube, ich werde mal eben da rein gehen. Zumindest, um zu gucken, ob da... Ein bewaffneter Grüner rumläuft. Wenn es das so ist, dann müssen wir den halt mal eben ausschalten. Um zu gucken, ob der natürlich noch Geheimnisse für uns hat. Ach, hier war doch noch so ein Tiger-Verschlüsselungs-Scheiß, ne? Das heißt, ich muss sowieso hier hin. Genau. Wegen dem Kack hier. Na, was haben wir denn da? Befestigung. Hau rein. Kordatisiert. Wo komme ich hier hin? Do not enter. Lol. So, deswegen. Damit ich eine Tür aufmachen kann, damit ich wieder vor einer anderen stehe. Okay. Ja, da vorne sind natürlich auch noch irgendwelche Sachen. Für mich und für Bat... Catwoman? Catwoman. Nicht Batwoman. Batwoman gibt es zwar auch. Die ist hier aber nicht vorhanden. Beziehungsweise die ist nicht hier. Wie kann ich denn... Das ist auch ein rotes, ne? Kein Objekt geortet. Ich brauche, glaube ich, die Katze. Oder kann ich... Weil eigentlich wäre es nur sinnvoll, wenn ich... Moment... ...mit dem Ding das zerschießen kann. Freeze-Granate. Das wäre zumindest cool. Guck mal, wenn ich die Freeze-Granate nehmen könnte. Und ich mach so. Und mach dann so. Nicht. Hm. Ist halt sehr hart, Kreuz. So, wie komm ich an das Ding dran? Hi... Diddly... 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 Time for a riddle. Mhm. Are you up to the challenge? Ich denke schon. Aber was muss ich machen? Guck mal, ich hab hier ein kleines Fenster. Und hier hab ich... Auch ein kleines Fenster. What is that? Ist das gerade aufgegangen? Moment. Ist das jetzt aufgegangen, wo ich... Alles klar. Also, wenn ich nicht im Raum bin... Ist das offen. Mhm. Okay. Ach, ich weiß, was ich machen muss. Guck mal, ich kann doch... Kann ich jetzt hier... Ähm... So machen. Nein, kann ich nicht. Aber so kann ich machen. Ich krieg das hier nicht kaputt oder so? Irgendwas? Guck mal, ich hab doch jetzt hier... Was muss ich denn machen? Ich hab... Gibt es kein Item, was ich jetzt benutzen kann, jetzt gerade. Ich muss doch eigentlich nur... Oh, den Schall-Batterring, den kann ich von hier aus werfen. Ich kann... Ich kann... Auch normalen Batterring werfen. Aber ich kann nicht meinen Greifer benutzen. Wie gay ist denn das? Okay. Ich kann... Ich kann offensichtlich... Okay, was soll ich also machen? Wenn ich... So mache... Ich komme nicht durchs Fenster anscheinend. Entweder komme ich nicht durchs Fenster oder ich bin zu blöd dafür. Könnte natürlich beides sein. Ich schließe mal beides eben nicht aus. Ähm... Ich kann aber natürlich so machen und gar nicht erst durchs Fenster gehen müssen. Aber wie kann ich... Hey, Moment mal. Wenn ich irgendwie schaffen würde, ein Stück höher zu kommen... Oh. Kann ich dann vielleicht... Ja, das machen wir auf jeden Fall auch erst mal kaputt. So, sind wir zwar wieder hier, aber... Ach, guck mal. Und hier sind wir natürlich auch. Ähm... Wir spielen schließlich The World's Greatest Detective und da müssen wir schon hier alle Rätsel irgendwie lösen. So, wenn ich jetzt mit Absicht... Kann ich vielleicht... Nicht? Guck mal. Dann probiere ich es mal damit. Ich werfe mal irgendwas... Irgendwassern. Was auch fast richtig gewesen wäre, wenn ich... Das da hingeschmissen hätte. Mhm. Kann ich? Ja, kann ich! Fuck yeah! Also, das geht so. Wenn ich... Ja! Jetzt muss ich mal eben gucken. Wir sind gerade in... Wo? Es ist dir tatsächlich gelungen, genug von meinen Herausforderungen zu bestehen, Dark Knight. Solltest du jetzt gerade Applaus hören, dann bildest du dir das ein. Ich käme nie auf die Idee, dir zu applaudieren. Löse mein Rätsel und finde die Geisel. Ja, es ist ein Schatten. Löse dieses Rätsel. In der Mittagssonne bin ich direkt unter deinen Füßen. So sehr du auch rennst, du wirst mich nicht los. Was bin ich? Schatten. Es ist ein Schatten. Edward, deine Rätsel waren auch mal besser. Das kann nicht wahr sein! Hast du geschummelt? Natürlich! Es ist die einzige Erklärung dafür! Ja! Weil niemand darauf kommt! Das ist die nächste Stelle! An diesem Problem wirst du dich nicht vorbeischleichen können! Ja, ja. Hm. Ist schon klar. Ähm. Wir machen trotzdem weiter, weil... So oder so müssen wir ja die ganzen Sachen finden. Damit wir den guten Edward später hinter Schloss und Regel stecken können. Äh, genau. Dann gucke ich jetzt einfach mal eben, wie das denn aussieht mit den Rätseln generell... Hier? Nein? Falsch. Äh. Wo sind die noch? Da! Klar, da wo das Rätselzeichen ist. Physische Herausforderung? Nein! Wo sind wir denn jetzt? Sind wir in Wonder City gerade? Museum? Wonder City? Wir könnten gerade in Wonder City sein, oder? Was ist das hier? Weißt du, wie man den Namen des Dämon schreibt? Dieser Name wird die Vereinbarung für uns alle besiegeln. 6 und 12 dieser Köpfe kaputt machen. Mhm. Die müssen wir also dann irgendwo quer durch Wonder City finden. Aber das kriegen wir schon hin. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Beantworten lässt sich diese Frage nur aus einer angewohnten Perspektive. Ob du das hinbekommst? Ich bin doch gerade aber auch in Wonder City, oder? Wonder City. Ja, bin ich. Ich bin gerade auch in Wonder City. Das heißt, unweigerlich wird in der... Hinter dieser Tür werden noch ein paar bewaffnete Typen auf uns warten. Und einer davon hat dann die restlichen Geheimnisse für jedes da. Der hat für uns eine Menge Geheimnisse. Der hat für uns eine Menge Geheimnisse. Der hat für uns eine Menge Geheimnisse.